Moin, Golden Sands ist sich am verändern, das kann man eindeutig bereits schon im Spiel erkennen, zumindest optisch. Jetzt kommt aber die große Frage, welche Funktion wird Golden Sands in Zukunft eigentlich erfüllen? Golden Sands wird nicht mehr das sein, was es einmal war, nämlich ein ganz normaler Außenposten. Und dabei lehne ich mich mal aus dem Fenster, dabei wird es auch nicht einfach nur so bleiben. Golden Sands wird denke nicht nur optisch, sondern sich auch in seiner Funktion ändern. Wie komme ich darauf? Schaut man sich den Teaser-Trailer an, kann man erkennen, dass es nicht einfach eine normale Festung ist, wovon ich ehrlich gesagt ganz am Anfang ausgegangen bin, um sich gegen Angreifer zu verteidigen, sondern wird es eine richtige kleine Hafenstadt. Auch werden an Orten Gebäude errichtet, wo vorher überhaupt keine standen und diese müssen ja schließlich irgendeinen Nutzen haben. Denke, Rare wird nicht einfach nur eine hübsche Kulisse bauen, sondern wirklich eine Funktion den neuen Gebäuden zuteilen. Klar, ein großer Teil der Gebäude wird für die Händler draufgehen und auch für die Fraktionen, die natürlich vertreten sein werden, aber bei weitem denke ich mal nicht alle. Gerade die Taverne wird ja deutlich größer und somit könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Golden Sands ein Hub wird, also ein Ort, an dem Spieler zusammenkommen können, um dann untereinander zu interagieren. Wäre dieser Spieler-Hub wie in vielen anderen Spielen ein Ort des Friedens? Nee, ich denke nicht, wobei ich sogar sagen würde, definitiv nicht. Denn am Ende sind wir immer noch Piraten und andere Crews sind meistens unsere Feinde. Also ein Safe Space wird es denke mal nicht. Aber dennoch könnte so ein Ort eine Interaktion für Spieler darstellen. Denn was könnte man an solch einem Ort einfügen, damit Spieler etwas gemeinsam und gleichzeitig und sogar gleichzeitig auch noch gegeneinander tun können, gegebenenfalls mit der eigenen Crew oder sogar mit anderen Crews. Richtig, Gesellschaftsspiele wie Poker, Würfeln, Messerwerfen und so weiter. Das kann man dann einmal, wie bereits gesagt, gegen andere Crews machen, gegen die eigene Crew oder gegen sich selber. Dann überrascht man sich halt selbst und unterhält sich selber. Also perfekt für alle Solo-Spieler. Mau. Hä? Mau, mau. Alter, wir spielen's gar nicht. Ich hab trotzdem gewonnen. Die Gesellschaftsspiele und allgemein diese Idee, beziehungsweise Ideen gibt es bereits schon seit der Alpha von Sea of Thieves und seitdem es die ersten Concept-Bilder gibt. Und Golden Sands wäre nun der perfekte Zeitpunkt, dass man dieses kleine Feature reinbringt. Ich mein, an einzelnen Orten können wir schon so etwas wie Kartenspiele und Würfelspiele und Schachspiele erkennen. Jetzt ist es nur noch an der Zeit, das ins Spiel reinzubringen und ich denke mal, Gameplay-Mechanik-technisch sollte das kein großer Akt werden. Aber das wäre noch lange nicht alles. Ein Feature nämlich, welches ebenfalls bereits in der Vergangenheit angesprochen wurde, war eine private Piratenhöhle. Diese Höhle in der eigentlichen Form wird es denke nicht mehr geben. Denn schließlich haben wir als Höhle bereits das Reaper und das Legendenversteck. Aber Golden Sands würde die Möglichkeit bieten, dass sie Spieler kleine Häuser kaufen können, welche man dann nach dem eigenen Vorlieben einrichten könnte. Ein Fundament für dieses Feature wurde bereits in der Vergangenheit ja geschaffen mit dem Captain-C-Update. Und irgendwo hin müssen ja die ganzen Millionen an Gold. Außerdem meinten die Entwickler explizit auch mal, dass das Captain-C-Update nur ein Fundament darstellt und das von diesem nun aufgebaut wird. Außerdem sagte Rare zusätzlich mal in der Vergangenheit, dass zusätzlich noch etwas Soziales kommen soll. Und was wäre sozialer als Gesellschaftsspiele und Housing? Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste und sagen müsste, was passiert mit Golden Sands, würde ich sagen, das wird eine Art Spielerhub. Kein friedlicher Ort im Allgemeinen, man kann dort schon noch andere Leute bekämpfen. Aber es soll ein Ort sein, wo man tatsächlich zusammenkommt und dann gegebenenfalls mal die Konflikte ein klein wenig vergisst. Ob das in Sea of Thieves heute noch möglich ist, sei mal dahingestellt, aber die Idee könnten die Entwickler durchaus nach wie vor verfolgen. Aber bis es mit Golden Sands soweit ist, werden noch einige Wochen ins Land vergehen. Die Entwickler meinten zwar, dass es Ende des Jahres wohl soweit werden soll. Ich würde aber eher mal davon ausgehen, dass es Anfang nächstes Jahres werden wird und nicht noch dieses Jahr. Denn, ehrlich gesagt, müsste dann jetzt relativ Zeit mal irgendein Event kommen oder noch ein neues, großes Update. Und das haben wir ja eben erst erhalten mit der neuen Season und dem PvP. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den fertigen Umbau von Golden Sands. Und ansonsten war es das auch soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich noch ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Untertitelung des ZDF für funk, 2017